Bei dem Schuss den Gegend... Hau auf drauf! Hau auf drauf! Was sollen Sie machen? Leider... Nee, der hat ihn ja hier auf dem Text mit kleiner Brennbeide gehabt. Wenn er jetzt rüber geht... Mal gucken! Das war wohl! Also, sich diesen Stamm funktioniert. Stimmt, du schweig! Soll es jetzt eine Frage! Das schweig Jesus! Das ist eine Frage! Was ist es gut? Das stimmt! Als wir jetzt... Jetzt ist das Schwitzen, ne? Da ist der Nachdenkopf hier ausgeschampelt mit ihm nach Hause und parallel. Wir haben immer bald zu schlechtem Urlaub gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.